ja hallo leute hier ist jochan von s21 bau tv ja nachdem hubert wieder genesen ist und deswegen in seinem anschluss skiurlaub beilt werde ich mich heute noch mal an das kurzfilm metier heranwagen irgendjemand hat gesagt das kannst du doch auch ja natürlich kann ich das auch aber wenn ich jetzt dann ja noch die anfangen mit den kurzfilm dann unterscheiden wir uns ja gar nicht mehr hubert und ich und ich will ja den hubert nicht kopieren sondern nur ergänzen nicht wahr so ba9 k stütze leider immer noch blank keine armierungs aktivitäten wobei man da jetzt dann mit k17 fertig ist könnte man ja eigentlich meinen dass jetzt alle hier weitermachen dürfen aber dem ist wohl nicht so deswegen gehen wir mal weiter und schauen mal was wir noch schönes sehen denn